Deine Hölle, meine Lust. Von seiner Pinkelnot verführt. Jonas genießt den erotischen Kitzel seiner Self-Desperation, was auch die Libido seiner Freundin spürbar auf Touren bringt. Zu erleben, wie sich seine Blase immer stärker füllt, verschafft ihr den absoluten Kick. Insbesondere, da die Situation zunehmend brenzliger wird und beide ahnen, dass sie nur heiß und nass ausgehen kann. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de